Ich sage immer ganz gerne, es gibt den Haifisch, es gibt die Eule, es gibt den Delfin und es gibt dann den Walfisch. Und die meisten Entscheider, das ist der rote Typ, die Eule, das ist der blaue Typ, Zahlen, Daten, Fakten. Der rote Typ, der will schnell entscheiden, hat keine Geduld, ist aggressiv, ja.